In welchen Erfahrungen erinnerst du dich denn am liebsten und warum? Ja, das ist glaube ich der Champions-League-Sieg. Sorry, ich weiß nicht mehr. Peggy! Wann war das? 2015 oder 2016? Ja, erstmal sehr emotional, weil ich ja wie gesagt sehr sehr lange das Bayer-Kreuz getragen habe. Dann jetzt gerne mich anschauen. Nee. 23 Tore in 21 Spielen, sehr sehr stark. Wie willst du das jetzt toppen noch in der nächsten Saison? Ja, also das ist eine gute Frage. Mein Idol ist David Alaba. Immer noch und auch schon seitdem ich klein bin. Ich sing gerne, obwohl ich es nicht wirklich gut kann. Ich weiß gerade nur, wie das Lied heißt. Dieses... Ja, I will follow him. Auf gar keinen Fall! Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Follow him wherever he may go. Im Nonnenkostüm und ich glaube, es ist ganz gut angekommen. Sehr schön. Nein, auf keinen Fall. Ich sing nicht. Hallo, ich sing auf gar keinen Fall. Nein. Nein. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.